Guten Morgen Mädels und Jungs, heute der 31.05. Und anhand meiner Wetterstation könnt ihr sehen, es ist Dauerregen angesagt. Und hier zeigt der Regenmesser an, wie viel Regen in den letzten 24 Stunden gefallen sind. Also es regnet unaufhörlich, man sieht auch das Wetter-Symbol für den Regen. Und wir hatten 12 mm Niederschlag innerhalb dieser Woche. Und in den letzten 24 Stunden fast 27 mm und es regnet noch immer und es hört nicht auf. Die zentrale Wetterstation hat gemeldet, dass es bis Sonntag durchregnen soll. Und sie hat natürlich auch Unwetterwarnung und Überschwemmungswarnung herausgegeben. Das heißt, es ist natürlich möglich bei den Regenmengen, die zur Zeit runterfallen, dass es zu Überschwemmungen kommen kann. Und man soll schon Vorsorge treffen, da ja der Regen bis Sonntag nicht aufhört. Und hier sieht man schon an der Wiese, dass es der Boden gar nicht mehr aufnehmen kann. Also der Regen wird vom Boden gar nicht mehr aufgenommen, sondern der Regen fließt eigentlich nur mehr auf der Wiese, Oberfläche entlang und ab. Da ist schon seit zwei Tagen durchregnet und noch zwei Tage durchregnen soll. Und es gibt eben die Wetterwarnung, dass bis zu 200 mm Regen erwartet werden, stark Regen. Und ich hoffe, dass es doch keine Überschwemmungen gibt für alle, die vielleicht davon betroffen sind.